Hallo, willkommen bei Mamas Mues Duftfeld. Ich bin die Mama Mue, auch genannt Josi, und ich bin unhabene Stensi-Beraterin. Warum habe ich den Namen gewählt, fragt ihr bestimmt. Das kam mit dem einen Wort mit Mue. Mein Lebensgefährder hat mich Mue immer genannt und dann kam alles aufeinander. Alle haben mich dann auf einmal Mue genannt und dann kam irgendwann ein Kind und dann kam Mama Mue raus und so bin ich zu Mama Mue geworden. Inzwischen habe ich auch wieder andere Namen bekommen, aber Mama Mue ist in allen Munden bei meinen Bekannten, wo ich kenne, oder Mue. Und deswegen habe ich den Namen ausgewählt. Ich wollte mal kurz sagen, was hauptsächlich auf meinem Kanal geht, um Stensi. Meine Erfahrung gebe ich euch gerne weiteren als Beraterin und ich bin auch ein Mensch. Ich lasse mir auch nichts aufquatschen. Ich möchte auch euch nichts aufquatschen. Ich möchte euch die Produkte gerne näher bringen. Und deswegen wollte ich das auch nochmal sagen euch. Was gibt es noch? Genau, ich kann es hier ja schon verkünden. Ich werde es auch auf Instagram und auf Facebook auch verkünden, wo ich auch zwei Seiten habe. Da könnt ihr auch gerne, um jeweils eine Seite, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link. Dort seht ihr alles. Wie ihr mich kontaktieren könnt, meine Sensi-Shop-Seite könnt ihr schauen. Wenn ihr mich auf Instagram verfolgen wollt oder ob ihr eine WhatsApp schreiben wollt, könnt ihr da alles einsehen und mich kontaktieren. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder im Katalog erstmal stöbern möchtet und dann Fragen habt, könnt ihr mir ruhig schreiben. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch auch nichts aufquatschen, was euch nicht gefällt. Ihr sollt nämlich auch genauso viel Freude haben wie ich. Ich habe auch schon mal einen Fehlkauf gemacht. Das Fotoklatt mir das... Ich habe es ausprobiert, um zu wissen, ob es mir passt. Ich war auch nochmal dabei. Es war ein Duft schon gewesen. Also es kann jedem passieren, aber... Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Ich mag lieber frische, blumige Düfte. Und der andere mag lieber fruchtige Düfte. Und Zitrisse-Düfte. Damit habe ich auch kein Problem. Berate ich euch auch sehr gerne. Helfe euch weiter, um euch den passenden Duft nach Hause zu bringen. Und wenn wirklich euch der Duft zu Hause nicht gefällt, schreibt mich sofort an. Sagt Josi, ich habe ein Würfelchen aus dem Bar rausgenommen und in die Lampe gelegt zum Umschmelzen. Und der Duft liegt mir nicht. Wir finden da eine Lösung. Sensi ist da auch sehr großzügig. Ihr habt ja 14 Tage Umtauscherecht. Und das ist kein Problem. Dann finden wir eine Lösung und finden vielleicht einen anderen Duft, der besser zu dir passt. Und auch auf unsere Technik gibt es eine lebenslange Garantie drauf und zwei Wochen Rückgaberecht. Also wenn ihr jetzt mal die Lampe bekommt und da ist ein Riss drin, schreibt mich an. Dann machen wir gleich eine Retoure fertig. Dann kriegt ihr eine andere Lampe. Oder euch geht mal das Schädchen kaputt irgendwann. Wenn sie, wir schauen nach, dass wir für euch ein Ersatzschädchen bekommen. Das müsst ihr halt dann wieder bezahlen, wenn es selbstverschuldend war. Oder ihr sagt, ich möchte morgens lieber einen frischen Duft haben. Da möchte ich gerne ein Schädchen haben, wo ich dann mittags ausmache. Und nachmittags hätte ich gerne einen blumigen Duft zu Hause. Das ist kein Problem. Da suchen wir ein zweites Schädchen. Dann könnt ihr zwei Schädchen austauschen. Oder du hast den blumigen Duft gerade zum Beispiel drin. Und willst deinen frischen Duft schon fertig machen für den nächsten Tag. Hast du schon ein zweites Schädchen da zu Hause. Also, wir haben so viele Produkte im Sortiment. Da wird sich was finden für dich. Auch wenn du jetzt sagst, oh, das ist preisintensiv. Mach dir da keinen Kopf drüber. Eine Lampe, die kostet erstmal in der Anschaffung. Aber die hast du ja lange, die Lampe. Und hast auch gleichzeitig eine riesen Duftauswahl von 80 Düften. Plus, dass immer neue Kollektionen mal rauskommen, die du dir sichern kannst. Und was anderes ausprobieren kannst. Und da hast du viel Freude mit der Lampe. Oder brauchst du eine zweite Lampe, eine dritte Lampe. Also, das tut sich so nach und nach dann immer steigern. Und dann kannst du dir sagen, heute in die Lampe mache ich den Duften, den Duften. Du kannst so viel variieren. Du kannst auch Düfte mischen. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert. Das werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Wie man Düfte mischt. Also, von der einen Kategorie mit der anderen Kategorie, wie das harmoniert. Ob mir das persönlich liegt. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Weil die Düfte sind so super. Da passt das. Und du hast gehört, ich habe gesagt, manches Produkt denkt, oh, preisintensiv zum Beispiel. Unsere Handcreme, die ist preisintensiv, sage ich. Aber auch gut. Sehr gut. Also, ich habe zum Verständnis Verkäuferin im Einzelhandel gelernt. In der Togerie-Bereich. Und das ist mit einer der besten Handcreme, die ich hatte. Ich habe mich auch selber damals das Sortiment getestet in meiner Ausbildungszeit. Aber so eine habe ich noch nicht gehabt. Einen Duft dauert sich erst mal weg. Weil er wirklich schön ist. Und die Handcreme zieht sofort ein. Die ist wirklich eingezogen. Und die Hände sind nicht klebrig. Es ist angenehm. Und sehr schön für die Hände. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Auch wenn es erst mal eine Handcreme ist, wo er sagt, oh, ich teste mal die Handcreme, ob das Produkt mir liegt. Oder er sagt, ich kaufe mir das Badesalz für 0,91 Kilo für 17 Euro. Ihr habt Freude dran. Ich habe das Badesalz selber zu Hause. Und das tut wirklich richtig, richtig gut mir, meine Auszeit für mich selber zu nehmen. Auch wenn ich zu Hause bin, mache ich eine Lampe an, das es schön duftet zu Hause. Weil man fühlt sich gleich viel anders da. Man nimmt das Leben anders da wahr. Man kann sich, sag ich mal, zum Entspannen schönen Duft anmachen. Dass man runterfährt. Oder selbst wenn ich jetzt am Computer arbeite, Bilder vorbereite. Tut das wirklich gut. Tut ein bisschen runterbringen. Kommt ein bisschen klarer machen. Machen mehr. Und es tut einfach gut. Oder beim Käschen Wein abends. Oder wenn Freunde zum Besuch kommen. Und wenn man selber Raucher ist, weiß man ja, dass der Rauch in der Wohnung man riecht. Und dann mache ich eine Duftlampe an und man riecht es nicht. Man nimmt den wunderbaren Duft wahr. Oder eine Kundin von mir hat eine Duftblume zu Hause. Die hat ein kleines Bad und das Katzenblut drin. Und die hat sie drinnen stehen. Und die ist sowas von begeistert, weil sie in das Bad geht. Und es riecht nicht nach Katzenklo. Sondern frisch. Und wenn du Fragen hast, mehr von Sensi erfahren möchtest, unten in der Videobeschreibung sind alle Kontaktdaten von mir da. Und wenn du Lust hast, kannst du dich da melden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich meldest. Weil ich möchte gerne mit dir gerne zusammen die Sensi-Welt geben, deine Erfahrungen mit dir austauschen, was du vielleicht ausprobiert hast. Und ich aber zum Beispiel nicht, weil ich habe noch nicht alles ausprobiert. Und du sagst, das und das gefällt mir. Und das würde ich mich sehr freuen, wenn du dich da mal zurückmelden würdest. Und ihr könnt auch mir wirklich ein Feedback unten hinschreiben. Wie ihr die Videos fandet, was ihr gesagt habt, das habe ich jetzt nicht so gut verstanden. Oder, ey, das hast du klasse gemacht. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wo ich mich selber auch verbessern kann. Und genau. Und zu diesem Video, das sage ich jetzt, ich mache auch eine Sammelbestellung zum 9.2. Genau an meinen Jahrestag zu Sensi. Und ich hoffe, du bist dabei und suchst dir schöne Produkte aus. Und wie das funktioniert, zeige ich dir auf Instagram und auf Facebook. Und ich zeige es dir jetzt mal ganz, ganz schnell auf meinem anderen Handy, weil ich das jetzt vom Aufnehmen genommen habe. Wenn du bei mir auf der Shop-Seite bist, gehst du jetzt zum Beispiel, sagst du, du möchtest nur eine Lampe und einen Duft. Und da haben wir ganz verschiedene Lampen. Da kannst du mal gerne stöpeln. Die Duftlampe des Monats haben wir dabei. Die Karte kostet normalerweise 71 Euro. Aber weil es die Duftlampe des Monats ist, für 63,90 Euro. Das ist hier die blaue, nehmen wir zum Beispiel, möchtest du haben. Und dann haben wir auch einen Duft des Monats. Also da gibt es jeden Monat einen anderen Duft. Dann gehen wir einfach mal auf, hoffentlich sieht man das gut, elektrische Duftlampe und Wachs sind wie was. Und da findest du alle Düfte, wo im Sortiment sind, gerade. Und da kannst du dir einen aussuchen oder drei. Da haben wir auch ein schönes Kombi-Sparangebot. Und wir nehmen jetzt Daydreams Ossian. Möchtest du erstmal nur die zwei Sachen. Und dann schickst du mir einen Shotscreen von deinem Wahlkorb. Oder wenn du bei Kombinieren Sparen drin warst, das ist bei Sonderangeboten, Kombinieren und Sparen. Da findest du auch super Schnäppchen angeboten. Zum Beispiel sechs Bars. Und du bezählst nur fünf. Oder eine Lampe mit drei Bars. Dazu genau hier zum Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Lampe für 42 Euro. Mit drei Bars bezahlst du nur 63. Dann kannst du dir ja eine aussuchen in der Preiskategorie. Wir nehmen jetzt mal die Alabaska. Die wird gerne genommen. Und dann nehmen wir mal einfach mal verschiedene drei Düfte. Und das sieht dann so aus. Und das gehst du dann an, machst du kombinieren, Sparen zum Korb einfügen. Dann siehst du das ja, was du alles drin hast. Und dann gehst du auch, wenn du das mir schickst, tust du mir bitte dann so die Übersicht schicken, dass ich sehe, oh, das ist mein, dein Kombinieren und Sparenangebot. Oder wenn du sie mir einzeln schickst, sagst du, ich hab das mit Kombinieren und Sparen noch nicht so, war mir ein bisschen zu schwer. Du kannst mich ruhig anschreiben, ich erkläre dir das gerne nochmal. Oder ich tue das dann selber für dich machen. Und wenn ich deine Bestellung fertig mache, dann kriegst du auch den Kombinieren und Sparenangebot von mir. Und selbstverständlich kannst du auch direkt über die Homepage bestellen. Da kannst du mir auch vorher gerne Bescheid geben. Dann schicke ich dir auch einen Shopping-Link. Das heißt, du kriegst einen Extra-Link für dich, wo du schön einkaufen kannst. Und du dir eine Prämie sammeln kannst. Ab 295 Euro geht's los. Da kannst du dir nochmal eine Lampe oder ein Kombinieren-Sparangebot zum halben Preis aussuchen. Ausgeschlossen sind die Lampen, Kombinieren-Sparangebot mit den Lampen für 91 Euro. Und dann kannst du dir noch, kriegst du noch eine Warengutschrift von 29 Euro rum. Kannst du dann auch dir noch was Schönes raussuchen. Und du kannst den Link gerne mit Freunden auch teilen. Also mehr, mehr du den Link verteilst. So mehr kannst du auch dir eine schöne Prämie raussuchen. Oder zwei Prämien ab einem bestimmten Werk. Jetzt kann ich dir aber auch alles nochmal, tue ich auch immer demnächst alles in Ruhe erklären, wie das funktioniert mit dem Shopping-Link in einem Video. Und in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du einen Daumen hoch gibst. Ein Herzchen an euch schon mal draußen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich wirklich auf jede Nachricht. Weil ich habe nur zwei Kundinnen, die ab und zu mal was bestellen bei mir. Und ich möchte gerne mehr machen und mehr die Sensi-Welt hier nach Hause bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüssi. Eure Mama Mou.